Mahlzeit, grüßt euch bei GT Automotive, SAT Autosport in Neuskirchen, euer Partner für Tündel bei Sonder-PKW, Sonderabloggen. Heute haben wir das erste Mal vertreibt, ein Ford Edge, schöner SUV, stand ein bisschen hoch für den Kunden, für mich persönlich auch. Alles haben wir gemacht, erstmal eine Fahrwerkstieferlegung mittels H&R Fahrwerksräder, Vorderachse 40 und Hinterachse 50. Da steht wirklich sehr, sehr schön im Radkasten. Ja, Kunden gefielen die Serienfelge nicht wirklich, uns auch nicht. Haben ein bisschen gesucht, was gibt es da? Kunde hat die Vorstellung von einem Fünf-Sterne-Rad, hatten uns zuerst angeschaut die KV1. Kunde hat aber ganz klar gesagt, ich habe ein Budget unter 3000 Euro, da können wir mitspielen. Gut, haben wir gefunden, die Thomassen, die TN20, ein schönes Fünf-Sterne-Rad, sieht bombastisch aus. Mit der Tiefverlegung ist das einfach ein sehr gelungenes Auto. Und jetzt auch die Achselmessung, Abnahme, wo wir uns im Haus haben, heute Vormittag schon gemacht. Ja, der ganze Umbau liegt bei uns bei 2800 Euro. Kunde hat sich entschieden für Allwetterreifen, weil er einfach sagt, ich fahre zwischen 10.000 und 12.000 hier in der Region rum, ist zwar in der Eifel, klar, da ist der Winter schon mal etwas strenger, aber da lohnt sich wirklich Allwetterreifen, haben uns dann entschieden für den Conti, weil da hat er gesagt, da möchte ich keine Kompromisse machen, jetzt hat er wohl die nächsten Jahre. Und ich finde, das ist, wie ich sage, sehr gut zu lohnen. Also wie gesagt, Ford Edge ist der erste, will dann später später auf der Umfeld.